Ach so. Hier oben ist auch du wärst Kobold. Kobold, nicht Kobold. Kobold... Hey Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MyneFaction 2. Mit dabei ist der liebe Onkel POPsy und wir gehen direkt auf den Server, denn wir haben etwas Großartiges vor! Eine Mission! Haben wir nicht. Ich muss noch in die Gruppe posten. Wir haben eine Mission. Ach ja, genau. Können wir auch nochmal machen. X22. Ich bin on the Server. So, pass auf, dann kann ich mehr mal mein Inventar clearen, auf jeden Fall. Ich nehme nicht mein gutes Schwert mit. Definitiv nicht. Ich glaube, das brauchen wir da. Ist mir egal. Wenn es kaputt geht, dann nicht gut. Die ganze andere Scheiße möchte ich auch mal hier lassen gerade. Ich wollte da eigentlich nicht so eine Trümmerlottenkiste hier machen. So ein Scheiß. Ja, was macht ihr da eigentlich? Ihr packt ja immer alles rein. Ja, es geht da nicht anders. Und ich muss dann immer alles hier oben einsortieren. Feuerzeug. Den Hammer lasse ich auf jeden Fall mal hier. Steine zum Wegbauen. Spitzhacke. Ist nicht schlecht. Das brauche ich noch. Ich muss nochmal ganz kurz hier die Hacke... Kann man das da machen mit? Nein. Fackeln brauchen wir wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe Fackeln mitgenommen, aber ich glaube... Scheiße, wie kann ich denn... Ach, mit Meteor... Meteoriden. Haben wir noch irgendwo Meteorbarren? Barren nehmen wir es vielleicht noch. Machen wir mal keine. Eisenstahl... Zinn... Ronze... Alu... Gestein. Okay, egal. So, pass auf. Wir haben nämlich vor. Dann bleibt die Hacke so, wie sie ist. Aber ich glaube auch, so viel brauchen wir gar nicht. Oder doch? Leute, das ist... Es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Es ist schwierig. Eigentlich wollten wir sofort loslegen. So eine kleine, klitzschnelle... Angenehme Runde. Gleise. Jetzt hast du es verraten. Gespoilert, Chrisit. Gespoilert. Gut. Also, wir gehen heute ins NetApp rein. Und ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe, dass wir da... heile wieder rauskommen. Gut. Ich bin ready. Gut. Ich... Ich nicht, aber ich komme trotzdem mit. Habe ich eine Rüstung an? Ja, ich habe eine Rüstung an. Ich möchte aber gerne nochmal schnell was reparieren. Oben am Amboss. Oder kann man hier unten auch Rüstung reparieren? Äh... Wenn wir hier Amboss haben? Ja. Ich habe keine Levels. Ja, da habe ich genug von. Von Level. Ja. Aber ich kann sie dir leider nicht abgeben. Das ist das Problem. Kommst du? Komisch. Kommst du? Oh, jetzt habe ich das Feuerzeug. Warte, ich muss Feuerzeug noch rein. Warte, ich glaube... Ich habe ja letzte Folge ein Feuerzeug gemacht, aber das Portal noch nicht angezündet. Wo ist es hin? Da ist es hin. So. Machst du Trommelwirbel oder machst du Countdown? Nee, nee. Nicht weiter bauen. So, pass auf. Drei. Zwei. Eins. Zwei. So. Es lüpt. Es lüpt. Es lüpt. Es lüpt. So. Ich gehe mal rüber und dann wollen wir mal gucken, wie es ausschaut. Bleib am besten erstmal im Portal stehen, weil ich habe schon gesehen, da gibt es Feuersand. Und wenn du jetzt loslatscht, kann es passieren... Okay, okay, kannst raus, kannst raus, kannst raus, kannst raus. Ich höre mir so ein Gast. Okay, ein Gast. Ein Gast. Wir haben einen Gast, Olli. Ein Gast. So, pass auf. Ich baue hier einfach mal zu. Will das Holz hier direkt mitnehmen, ist nice. Und will einfach mal auf dem Wege... Ja, genau, deswegen nämlich. Ach, Zündholz. Okay, das war ich selber. Da randaliert die hier. Die ist nur zu Besuch, aber randaliert erstmal. Das explodiert nämlich das Holz. So, ich baue hier einfach erstmal einen Schutz hin, so dass wir hier... Ja, raus können im Notfall. Äh, keine Probleme haben. Okay, äh, ich glaube, soweit ist es erstmal okay. Ich bin ein Zeppling. Gib mir ein Zeppling, Mann. Gibt's doch nicht. So, wir verdorbene Erde, okay. Obererz. Nimm mich mit, ne? So, ich brauche nämlich Neserstein auf jeden Fall. Und das ist das Geheimnis, weswegen ich das, ähm... Portal noch nicht weiter ausgebaut habe. Ich baue mal Kobalt ab. Kobalt? Äh, brauchst du von Sahe die Hacke. Weil der Sahe, der hat da schon eine Hacke. Da brauchst du auch eine spezielle Hacke. Deswegen kannst du es nicht abbauen. Kobalt ist ein richtig geiles Material. Richtig, richtig geil. Ich bin am Leveln. Das ist, glaube ich, das stärkste Material, was du hier kriegen kannst, Kobalt. Aber auch das, was du am seltensten findest. Ja, das sieht auch nur so aus, als ob da nur ein Block wäre. Ja, genau. Deswegen. Das habe ich mal versucht, ähm, Offscreen mal darzustellen. Also bei mir lokal auf dem Rechen habe ich das versucht. Weil ich mir eine Waffe aus Kobalt bauen wollte. Und habe dann festgestellt, da brauche ich sieben Jahre. Ich kriege hier so Pilze. Grüner Leuchtpilz. Ich baue das mal alles ab. Das kann man vielleicht alles korrafen. Ja, genau. Solange mich das nicht angreift, baue ich das ab. Oder auf ist. Ja, genau. Lauf du einfach ruhig vor mir her, du blöde Sau. Olli, wenn du den haust. Das Spielchen kennen wir ja, ne? Mainion und so. Ja, ja. Da hast du ja gehauen. Was? Die waren immer auf dich abgefuckt, ey. Ich habe auch keine Ahnung, warum, ey. Adidas. Aber Mainion war eigentlich ein geiles Projekt, muss man echt sagen. Ja. Dadurch, dass wir erst so anfangs die Nase gerümpft haben. Was ist da? Ja, genau. Was ist da für ein Scheiß? War das eigentlich ein richtig gutes Ding, ey. Oh ja, Glowstone is pretty awesome. This is really awesome. Ja, auch so ein bisschen auf die Bäume geil, die hier sind, ne? Oh. Oh, ich habe den Gast gesehen. Er ist da hinten. Den Gast hast du gesehen? Na, hoffentlich bringt er was mit. Hier fliegt immer ein Glühwärmchen. Oh, toll. Hier gibt irgendwer etwas komisches von sich. Hast du das auch gehört? Nee, ich höre nicht. Eigentlich gehört dir so ein Außerirdischer. Ganz komisch. Ich habe natürlich, ich habe Blutholz gefunden. Das ist übelst schön. Aber ich habe natürlich jetzt keine Dingshacke mit, ne? Kann ich Adidas? Nee, kann ich nicht damit abbauen. Okay. Dann lasse ich es auch gleich. So, denn das Auge ist ja mit deswegen. So, ähm. Dich können wir noch abbauen. Ja, wohl. Das hat es mir auch gerade so richtig gebracht. Voll gut. Ich muss nur auf die Hacke drauf aufpassen, dass sie nicht kaputt geht. Wenn ich die überhaupt reparieren kann. Ach, das ist glaube ich eine normale Hacke. Ich habe mal hier eine Bergbank geplantet. Geplantet? Sprichst du auch schon dieses Neudeutsch? Plantet? Naja, eigentlich nicht. Andere Leute sagen gebaut, gestellt. Warum kann man aus Blutholz-Sticks und Bruchstein keine Waffen machen? Ähm. Ich glaube, das war irgendwie, weil es so ein besonderes Holz ist oder so. Ja, dann gehe ich nochmal zurück, umsonst verschwendet, so ein Scheiß. Und strecke mal ein Gummibärchen drauf essen. Auch das noch. Aber ich würde sagen, wir haben von allen das beste Portal, die beste Stelle erwischt, ne? Ja, schön offen. Aber gleichzeitig nicht so gefährlich, ne? Richtig, ganz gechillt. Nachteil ist natürlich, wenn du jetzt eine Festung oder sowas haben möchtest, musst du erst suchen. Komm. Was kommen? Ist so. Komm, die Festung, glaub mal. Du brauchst nicht lange suchen. Trau mir, Onkel Puppi. Du vertraust mir. Ob das so gut ist. Oh, geil. Ich habe doch glatt nochmal Kobalt freigebuddelt. Cool. Ja. Musst du mal gucken, was sei hier in der Kiste. Da ist, wenn du eh schon zu Hause bist. Ne, ich bin schon hier weg. Achso. Hier oben ist es auch über Kobalt. Kobalt, nicht Kobalt. Kobalt. Ich muss weg. Irgendwer hat mir was getan. Und das war nicht schön. Fand ich nicht toll. Und jetzt, liebe Leute, seht ihr, warum ich dieses Zeug haben will. Nur deswegen. Zack Boah, das sind sogar zwei Gäste Hast du gehört? Ne, ich bin schon wieder weg Ich hab gesagt, das sind zwei Gäste Achso, das habe ich gehört Dass du das gesagt hast Ich dachte, du meintest die Viecher selber Ne, ne, ich bin schon wieder weg Weil ich wurde wegen irgendwas Oder von irgendetwas beschossen Und das fand ich nicht so toll Deswegen habe ich gesagt, ich hau ab Ne, nicht so Das war nicht so meins, weißt du? Natürlich Dahinten ist ein Wolf Ich weiß, dass die gefährlich sind Wie ich mich einfach festbaue Ja, mich hat auch irgendwas angeht Deswegen bin ich schnell nach Hause gelaufen Und hab gesagt, nö Ups, ich hab das aus Ansehen in unser Portal geschubst Ne Das war aber nur so ein kleines Vieh Das hatte nur sieben Dinger Also hier ist es nicht Hier kam nichts durch bisher Ne Nö Was, das Schüssel Dann ist verschwunden Natürlich auch gut Vielleicht überlebt es ja die Reise durchs Portal nicht Kann natürlich auch sein Schau mal hier die Hütte weiter Die du hier angefangen hast Ja, ich hätte keine Steine mehr, deswegen Die safe sind Zumindest, wenn wir rauskommen Die haben wir ein bisschen Mühe geben können, ne? Entschuldigung Echt Immer wieder dasselbe mit den Männern Mit den Männern? Alter, zählte ich schon für zwei? Ne Aber es gibt noch genügend andere hier In unserem, äh Sagen wir es mal nicht Projekt Sondern in unserem Team Achso, ich dachte schon Ich dachte da so an Nestflow Oder an Corona Oder Holika Die fangen ja auch immer alles an Machen Nix fertig so, ne? Stimmt Hast du recht Auch nur so halbherzig Alles nur so halbherzig Böses Olli ist am Lästern Ja Ich verteile Beef Alter, wie gruselig, schaurig, geil Das hier aussieht, ey Richtig krass geil Richtig krass geil Aber so richtig von Also du mit mir in den Nenner wolltest Und du dich jetzt schon wieder verpiegelt hast Ich hab doch gesagt Ich brauchte nur den Stein Nix anderes Deswegen hast du dich wieder verzogen hier? Ey, weißt du wie das aussieht? Wie so eine Kleptomanenkammer Ey Wenn du gleich rüberkommst Und du siehst das Dann denkst du dir auch so Huuu Ja klar Huuu Richtig Richtig gut Richtig gut Pass auf Und zur Krönung Machen wir da Eine so eine Fackel hin Oder? Ist das Tor? Was war das? F7 war das, ne? Ah, da könnte einer Spavnen Da könnte sogar mehr Spavnen Ne, das wollen wir nicht Pass auf Dann machen wir da einen hin Und da einen hin So, dann kann dir nämlich keiner Spavnen Okay Das finde ich voll gut Voll gut Voll, voll gut Ja Kann man mit Nethersteinen Auch Stufen machen? Ja, ne? Ja, wird Kann man nicht Nee, kann man nicht Wenn du den brennst vielleicht Oder so Mach mal einen Ofen Hm Hm Hm, hm, hm Obwohl, warum mach ich da Fackeln denn? Warum mach ich denn da Fackeln hin? Das ist ja völliger Quark Was ich da gemacht habe Kann man den brennen? Oh, jetzt bin ich gespannt Was er sagt Oh, den kann man brennen Lol Oh mein Gott, wie schaurig Schaurig schön, ne? Stein stark Haha Richtig gut Vielleicht ein bisschen Krametuch Aus deiner Sammelkiste hier Oh ja, das finde ich gut Aber es sieht doch hübsch aus, oder? Ja Hast du eine Hacke zufälligerweise Am Mann, hätte ich beinahe gesagt Ja Müsstest du nur dein Helmchen Lord Helmchen ausziehen Warte mal Oh, ich hab sie Weil mein ist nämlich gleich kaputt Deswegen, und die möchte ich lieber Raparieren Jetzt muss ich nur gucken Womit kann ich sie raparieren So, da 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 Müssen aber jetzt auch wieder Das finde ich doch schon viel, 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 viel geiler Um etliches Loil Da mach ich doch mal ein Foto von Das ist doch mal ein schönes Tumpenil Willst du noch mal kurz gucken, komm bevor du raus loggst Nö, nö Mach du mal Richtig gut Ja, dann mal gucken Schade nur, dass man da keine Stufen von bauen kann Was ist hier mit dem gebrannten Stuff? Da kannst du nur Ziegel draus machen Ziegel sind aber doch oft meist eigentlich, oder? Und was kann man aus diesen Ziegeln machen? Ist hier nicht so geil zu ziegeln? Eigentlich ganz Chilly-Milly, oder? Da kannst du dann so einen Nidder-Tiegel draus machen, okay Ist unsere Tür zu? Ja, die ist zu Ich möchte aber, dass wir die Tür zum Portal zumachen Ach, jetzt zeigt der hier Brennstoff Wieso? Weil, wenn jemand das Portal zufällig findet und da durchjoint Dann landet der hier bei uns Oder vertue ich mich da? Falsch So, kommt er nicht durch, fertig Safety first lieber hier Ach Darf du eh nichts abbauen Ist doch voll okay Ja Gut Log mich mal aus Denn wir sind soweit Oh, ich hab hier ein blaues Chocobo Ich brauch unbedingt noch ein Chocobo, Mann Okay Und wundert euch nicht, dass ich immer noch den schmutzigen Pullover anhab Wir sind am Vorproduzieren Genau, das ist jetzt aber auch die letzte Folge der Vorproduktion Genau Genau Ja, liebe Leute, wenn euch der Part gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da Vor allem das Nether-Portal Bin ich der Meinung, habe ich richtig thematisch eingebaut Was so sehr schön gemacht Finde ich voll toll Ja, gebt uns einen Daumen nach oben da Schaut bei Chrissy vorbei Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Meiner Faction 2 Weißt du? Weißt du, weißt du? Weißt du? Tschüss Tschüss Weißt du, 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 we Untertitelung. BR 2018